Guten Tag, guten Tag Leute und willkommen zur nächsten Folge Ferro 2 Ich tschau'n Ja, wir wollten eigentlich ja Fett snippen Oder war nix draus? Kurz zinschauen Ja, weil ich war heute beim Arzt War ein bisschen was abstecken lassen Ja, ähm Und genau als ich dann drin saß Also im Wartobereich war Sind sie gestoint Perfekt What? Es sind nur zwei Teams drauf Alter Ist das was, Jungs? Retried Ich hab Ehrlich gesagt Nach zwei Misserfolgen beim Snipen Würde ich gerne jetzt einfach falten Und das ist alles Ich hab Das ist auch So ist das Ich hab Und ich sterbe, ist es so, aber welche Feiten? Okay. 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 Bye. Okay. Arikana! So. Guessung irgendwas.. Ich hab 4 zum pfeilen. Vielleicht kann ich irgendwas clean. Das war so klar, toll. Das war so klar, toll. Ja, wow, Jungs. Ja, das war so. Ja, das war so. Ja, das war so. Ist das langweilig. Tschüss. Ja, das war so. 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 Ja, das war so.